hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel dawn of zombies survivor after the last war ich habe es gestartet wie ihr gesehen habt ich habe mein alter ich habe es auch gratis runtergeladen mein alter account habe ich wieder gefunden hurra und morgen oder nachher musste ich mal wieder meine ganzen festplatte sauber machen weil wieder speicher voll ist vom blue stack hat jetzt zwei wochen ungefähr gedauert habe es auch schon mal in einer woche vorgekriegt wo ich sehr viel gespielt habe aber letzten zwei wochen habe ich halt nur ein oder zweimal am tag die zwei stunden quest gemacht und sonst immer die wöchentlichheit so dass mein alter account muss ich noch kurz gucken wie das ganze jahr mein essen was ich gemacht hatte die frau ist auch nicht mehr hier so so Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Eine Wand. Eine Tür, ein Fenster und eine Wand. Okay. Okay. Das war's. Kann ich noch mehr bauen? Guck mal, ich hab hier... Ah, kein Baumaterial mehr. Schade. Ähm, ja... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier... Das haben wir, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier... Ich hab hier, ich hab hier... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Oh, ich habe Durst Wie ging das nochmal? Oh, ich habe nochmal Oh, ich habe nochmal Kochrezept Ich habe nochmal Oh, 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 ich habe nochmal Ach, ich habe nochmal Oh, ich habe nochmal Oh, ich habe nochmal Achso, ich habe nochmal Oh, 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 ich habe nochmal energy Quests gehabt mit Gras-Samen. Oh, waren die Quests, das war das, ne? Ach, schon wieder alles voll hier. Bis zum nächsten Mal. Kann man nicht noch was in den Schrank reinpacken? Ach ne. Ach je je je. Ich brauche Holz. 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 Ach das war ein anderer Fahnen. Mist. Mist. Mist Mist Mist. 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 Das war's für heute. Jo, einfach specklen. Ich brauche Holz. Oh, ich brauche trinken. Ich habe schon wieder einen Zombie. Oh, ich brauche. 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 Ich brauche angeblich eine Werkbank. Hier haben wir wieder rein ins schöne Haus und bauen eine Werkbank. Ah, ne, da fehlte Holz, 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 Holz. Holz. Oh, ich brauche. Oh, ich brauche. Oh, ich brauche. Oh, jetzt habe ich gar keinen Platz mehr. Mensch. Ich habe irgendwie noch nichts Produktives geschafft heute. Das ist voll. Ich kann die nicht zusammenpacken. Doch. Klar. Die auch. Nein. Die nicht. Schade. Hm. Okay. 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 Vielen Dank. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt gehen wir irgendwo hin und ich hole einfach nur Holz. Komm, wir laufen rein. Zack, sind wir gleich da. Zwei Sekunden noch. Betreten. Und ich hoffe, hier ist irgendwo ein Baum. Okay. Oh, das ist alles klein. ich brauche keine Zigarette, aber ich brauche eine neue Waffe. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Das war's. Das war's. Ach, da sind noch zwei Zombies. Das war's. Das geht nicht. Das war's. 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 Okay. Okay. Erstmal alles kaputt hauen, ja? Jawohl. Hier habe ich jetzt alles. Ich möchte doch nur die Werkbank erst mal bauen. Okay. 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 Das habe ich auch gesehen. Nee, war hier, oder? Hier sind Steine. Trinken können wir machen. Okay. 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 Hier ist es. Das brauche ich. Pack mal erstmal hier die Samen weg. Zack. Ja komm. Pack mal die Samen erstmal weg. Zack. Ich brauche noch zweimal Holz. Trinken. Trinken. Brauchen wir auch nicht. Da. Jawohl. Das fahren jetzt alle Holzbretter. Oh, hier ist noch ein bisschen. Schrott. Das war auch mit ihm. Noch mehr Schrott. Jawohl. Ah, meine Achse ist kaputt. Okay. Wenn wir erstmal zurück in der Basis waren die Tankstellen noch nicht fertig gewesen. Aber. Ich kann jetzt endlich die Werkbank bauen. Okay. 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 bauen wir jetzt die Werkbank. Gebaut haben wir sie. Okay. 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 die ist direkt in der Tasche. Die ist direkt in der Tasche. 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 gut herstellen bretter vier minuten dauert das kein problem auch witzig das wird alleine hergestellt die brauchen hier keinen schrott ok der hat schon der braucht auch kein schrott und da hinten na gut ich werde mal sagen das war es für heute ist das schon lang genug dann dankeschön fürs zuschauen ich komme wieder mein ticket abholen dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis da wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao